ja hallo meine lieben es ist wieder mindroof time in the iron mine heute ein spezieller gast dabei und zwar der kanu beziehungsweise ingame freaky ja heute sind wir auf dem herobrine server und spielen eine runde herobrine jamber ja zehn sekunden startet auch schon das game wie geht es darum dass man einige mini-spiele spielt die teilweise recht witzig sind oder einfach auf dem herzig hau der you enter my chamber you you will pay for this let's play a game you will have to complete my challenges the winners will die let's begin okay wir laufen einfach und unter uns geht der boden weg ok 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 ja ich lebe auch noch bis wahrscheinlich gleich wo ok was 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 da war ok ok hab ich es geschafft keine ahnung oh das ist lustig das ist sehr lustig schaffe ich es schaffe ich es ja ja nein ich hab's last man standing ich hab's auf alle fälle geschafft ja das das war ich das warst du nein das war schlecht gemacht ja so mitten im adrenalin ne von drei runden geht ja läuft bei mir und es leckt komischerweise ja ich sehe es dass das leckt das war schlecht das war schlecht das war schlecht das war schlecht ja wir haben mich nicht entscheiden ob sumo ist cool sumo ist überhaupt nichts für mich weil das ist einfach nur kacke weil die alle campen durch durch rennen und schlagen ja wenn dann die tasten funktionieren das war knapp und wir haben auf alle spiele schon wieder mädchen dabei und eine könig mr moore geben annotation ja der backt richtig rum das ist voll bescheiden hoch paintball so wieder disappointing danke bitteschön ich dachte du magst das ist das ist fies ich glaube diesmal wird meine autospur runtergepegelt anstatt hochgepegelt hit the target wo ist das target wo ist das da ist das target ja ich habe einen gekillt ja komm lass das mädchen töten das war genau die kante immer auf die weiblichen ja genau wobei diskrimination wird nicht geduldet im meint kanal was ich bin noch drin warum bin ich drin ich bin doch gerade runter geflogen natürlich bin ich runter geflogen oh nein nicht schon wieder hellstorm nein 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 den habe ich nicht gesehen aber ich habe ich nicht gesehen ja vorliegen wie macht man das am besten ich habe keine ahnung du nicht ja das ist leichter gesagt das getan der richtig die ip zu dem server ist natürlich wie immer in der video beschreibung verlinkt genauso wie luk zumal mein tv juhu und bei uns wird natürlich auch kanu verlinkt ich will es doch hoffen wo bin ich ich finde mich nicht ah hi last man's standing schon wieder wer auf den grünen zombie boah das war doch kacke du bist der letzte ja so machen das muss du machen gewinn gewinn ich bin der sumo ja wieder sumo halt mir kommt vor als wäre das ein reiner sumo sauber die wissen wohl auf was wir stehen oh ja die leute die sich gegenseitig betatschen wo auch die leute die ne eher so fetisch würd ich sagen ach das ist ein fetisch von dir neulich ich mag's haus verwende hoi hui hui boah na была Schein! Wo bin ich richtig? Wie sie wir führen? Die anderen sind solche Noobs! Ja, die sind wirkliche Noobs! Sind sie? Komm schon! Stirb! Stirb! Nein! Du führst! Ja, ich weiß! Hinter uns! Wer lebt noch? Ja! Nein! Du nicht mehr! Alter! Gib ihm! Boah! Brewing Stand! Hatte ich gerade eben! Äh... Ja, das ist das 3 und eine... Genau, und einer in der Mitte! Jetzt weiß ich's, danke ihm! Lava! Lava! Äh, wie sieht man eigentlich, dass man in der Lava gewonnen hat? Indem du Spectator bist! Ach so, okay! Ja... Nein! Super! Direkt runtergefallen von oben und durch! Ja! Perfekt! Also ich hab diesen Mobbrat, ich glaub ich nicht mal berührt! Sumo! Ne, man boxt mich von der Seite! Das mag ich nicht! Das ist einfach Mobbing! Was, das ist Mobbing? Ich dachte, das gehört so! Mobbing! Hat dir nicht deine Mutter gelernt, dass das kein Mobbing ist? Die mögen dich, wenn die das sagen! Jaja! Genau! Ja! So richtig geiler Einzel einfach klingt! Gestern fahr ich mit der Schule immer so cool! Ja, genau! Die mocht mich alle! Meine Mutti hat mir immer damals gesagt, wenn die Leute mich hauen, dann bin ich cool! Gewinnen! Nein! 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 Ich lecke! Was ist das denn? Spreef! Boah! Eigentlich mag ich ja Spreef und war auch recht gut mal den Spreef, aber das ist schon ne Zeit her! Können wir hüpfen? Ja wir können hüpfen! Okay! Ist voll verwirrend! Komm her! Komm her! Ah nein! Also es ist immer wieder witzig mit dir aufzunehmen, obwohl das die erste Aufnahme ist! Weil du einfach sohne... Ja genau! Ein Loch frei und ich fang dir aufs Alter! Und warum? Ich bin ne! Du find's gar nicht! Oh komm! Was ist das denn für ne Runde gerade gewesen? Äh! Oh! Ja! Oh mein Gott! Ja! Gut! Hi! Hau ab! Nein! Schon wieder die Leiter! Ach komm! Was! Alter! Oh ich bin doch scheiße! Lava! 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 Plopp! Ach! Okay! Das war's schon! Hey! Knapp! Knapp gewonnen! Ja! Liebe Leute! Ich verabschiede mich mit deinem herzlichen Favorisieren, Abonnieren und Masturbieren! Bis dann! Nein! Einfach nur! Sterben! Ja! Dann auch einen